äh 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 wie fandst du die begrüßung? gehn wir hin ja mach privat machst du an 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 Ding? was ja hallo wir kommen zu einer weiteren Runde fortnite battle royale hallo wir kommen zu einer weiteren Runde fortnite battle royale zusammen mit dem pink oder was und dem diam king ja hallo im duo modus mal die zwei und ja äh ich hab Angst jo jo Digger hab ich den Anfall ja hallo ja hallo ist dir schonmal was aufgefallen die äh die Bäume auf dem kleinen Berg werden einfach von groß nach ganz klein ne? hier ganz vorne siehst du den Berg? warte ich mal jo ich seh grad lol 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 ist ja wirklich so ist mir noch nie aufgefallen mir auch nett und unten ist und ganz hinten ist ein Busch hier ist noch einer warte achso warte alles klar und ja gut das ist schon ein gutes Fun ne so ja gut ja gut das hab ich so gemacht ui 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 fertig man sieht es auch in der Aufnahme es war fertig ey ich hasse dieses Game ich hasse es oder soll mir jetzt Digger verrückt glaub ich wenn du zu mir kommen kannst ich bin hier alter alter ich versteh das Game nicht ey so da sind wir jetzt im Palibus und wir gehen zum Lucky Landing Alter ich schwör auf alles nur Fortnite Daily zu bringen ist für mich sehr schwer weil ich einfach so kacke bin und dann einfach nicht jede Runde nehmen kann und dann auch öfter mal verkacken naja joo wohin gehst du du bist dein dann geh ich hier daneben wir haben die Häuser noch keine Spitznamen ist nicht so beliebt wie Tiltet oder sonst was das ist schon geil ich kenn mich hier gar nicht aus ich war hier ich bin ja nicht so häufig obwohl ich eigentlich voll geiler Loot bin ne ich bin ja auch nie eigentlich oder ne wir sind ja so lol joo oh lol noch ein Jagdgewehr oben auf dem Dach noch ein Jagdgewehr oh das holte ich statt der statt den Bogen tschüss Bogi oh lol ja ich hab einen einen Schuss einen Treffer oh fuck ich hab einen Hit bekommen ich hab keine Ahnung von wo äh von oben w w w w alter hat er mir gegeben was macht er denn für Auge alter ich komm raus direkt Hit kriegst du ihn? eh nein fuck er pusht wo bist du? da Achtung er pusht er ist oben der ist gut hab ihn ich spring runter fuck da ist sein Maid stirb doch alter ich hab ihn du hast ihn keine Ahnung schulders Mad Kid der pusht aber dann ist er runter zu mir gekommen das war ja sein Fehler ne das war sein Maid das war sein Maid ja der runter kam genau der eine habe ich noch habe ich noch abgestaubt ja oder obwohl unten der Typ war schon hart ich hab ihm richtig schaden gemacht aber ja ich hab ihm auch schaden gemacht oder unten ist ach ich könnte jetzt wissen aber mach ich nicht welche soziale bin es gab streamer oder stimmt du hast ja mini die gönnen dir will ich nicht also mich nichts verwenden ich habe auch eine blaue dinge als ob dann einfach das gar Junge schüttelt guck mal aus dem Fenster regnet bei dir auch so ja 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 stabil würde ich sagen du wohnst ja am Ende der Welt du auch ja ok ich wohne in Richtung Loch also dazu keine genaueren angaben einfach im loch wo so maulwurf loch jo hat hier so gekraben ich habe so wenig resources alter schafft ich stelle mir grad so vor so ich mit so einem maulwurf körper buddel mit so ein loch mein internet leckt ey bitte internet fuck you oh nein auch für den ja da bau nicht so in dem kasse system weil dann fällt der nicht runter what the fuck um 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 nein nicht da hoch nein du keck rosa hat den mit dem rocket launcher nein alter nur wenn man mit dem rocket launcher spielt das kommt so hast du verbände oh ist es immer low komm wir müssen erstmal ins Haus gehen hast du medkit ich habe endlich jetzt warte besonders wenn man ihm wenn man hier ich double shotgun machen kann oder ja da wird gefeitet lol am airdrop ist einer echt jetzt oh mein gott das war so close habe ich ihn verfehlt ne ich habe ihn so close verfehlt Junge ich habe keine Augen pushen pushen ja ich weiß ich habe einen 3er hit ich habe noch einen 7er er hat gar kein er ist ein richtiger nu ok ich auch hab ihn oh er hat die neue halleluja digga du hast jetzt einfach schon 5 kills warte oben auf dem berg hast du die base gebaut ja ne der andere wo auf dem esberg da wo wir uns hoch gebaut haben und die mit dem ja die base oh ne da ist einer achtung wo da oben auf dem esberg wo wir waren stopp ja ich habe da einen gesehen die sind da oben ja der nimmt unsere alte base ein ich würde nicht pushen oder einer oder zwei ich weiß nicht wer ich habe nur einen gesehen aber es können natürlich auch zwei sein ja ok kommst du kommst du als ob du den pushst ey ahhh aber es kann sein dass er mich nicht gesehen hat ich werde angesnallt ist das dein ernst es sind zwei ja gut sollen wir weggehen komm oder ja gut jetzt ist zu spät oder da oh fuck sind aber beide richtig low die hielen sich kommen hoch schnell jetzt oder nie ich habe ihm noch eine hinter mit oh fuck ey das waren die letzten vier schade wir hätten ihn nicht pushen er hatte 17 hp 17 hp und damit würde ich keine ahnung und damit würde ich sagen verabschiede ich mich für diese runde diesmal kein win aber wir haben heute ein bisschen safe zu spielen und ja schaut auf jeden Fall bei dem pink oder was vorbei macht geilen content daumen hoch und ja hau da rein und tschüss adämm und 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 auch die oh der hat ein neues Schuttgart ich halte die sind schlecht